So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und ich habe es wieder mal genau richtig gemacht, denn es wurde ja schon irgendwie angekündigt, dass der Community Day Classic Methane ist, aber am Mittwoch war noch nicht der offizielle Blogpost draußen. Und ich wollte pünktlich 15 Uhr mein Video hochladen, habe dann mich dafür entschieden, Raider-Mittwoch doch am Mittwoch rauszubringen und wenn das 15 Uhr eins die News dann kommen, offiziell ist, egal, dann kommen die bei mir trotzdem am Donnerstag. Jetzt am Mittwoch 19 Uhr ist der Blogpost draußen, den ich euch hier in dem Video zeigen kann, kurz mit euch drüber reden kann und schon habe ich auch mein Donnerstagsvideo fertig. Genial! Und denkt dran, am Freitag und Samstag gibt es jeweils 20 Uhr eine Premiere, wo wir Geburtstag gefeiert haben. Dieses Jahr an der Werra mit Zelten draußen übernachten, Wasser, Brücke, Schlafen, das war auf jeden Fall richtig stark. Viele Leute, die ihr so kennt von den Raids, von den Streams, von den Videos, Natururin, der Fahrer, Hannes, Schenaya, kannst du gar nicht alles aufzählen, waren da dabei. Also Freitag 20 Uhr und Samstag 20 Uhr, dann seht ihr nämlich den Tag 1 und den Tag 2 von meiner diesjährigen Geburtstagsfeier, wen das interessiert. Jetzt aber Community Day Classic im August mit Tarnel. Ich habe mich ja schon gewundert, weil Ende August der Sea Day angekündigt wurde, und das war fast eineinhalb Monate noch hin, von einem bis zum nächsten, wo man dachte, hä? Aber dazwischen drücken sie uns noch einen Classic rein und Tarnel ist einfach ein super geniales, starkes, heftiges Pokémon. Metagross ist so genial, sieht so stark aus, das Shiny sieht so genial aus, es ist einfach mächtig, es kriegt sogar noch eine Megaentwicklung, die ist noch nicht im Spiel drin. Die wird aber kommen, also sammelt Hunderter, sammelt Bonbon, sammelt XL, sammelt Shiny, sammelt alles, legt euch ins Zeug bei diesem Classic Sea Day. Ich werde dann trotzdem wieder nur eine Stunde spielen, von 14 bis 15 Uhr eben da meine Challenge machen mit Pupsi, aber ihr solltet die ganzen drei Stunden nutzen. Wann ist das Ding jetzt? Es gibt polarisierende Neuigkeiten. Beim Community Day Classic im August steht das Eisenkugel-Pokémon-Tarnel im Mittelpunkt. Das sieht so sinnlos aus, aber wird einfach so fett. Sonntag, der 18. August, von 14 bis 17 Uhr, Tarnel, vermehrt in der Wildnis, erhöhte Shiny-Rate, exklusive Attacke, natürlich Sternenhieb und das möchtest du auch haben. Ich glaube, ich habe noch ein paar, äh, äh, Tarnel, Metang, Metang, genau ist das Zweite, ich habe noch ein paar Metang aufgehoben. Ich glaube, Kryptometang sogar, die habe ich noch nicht entwickelt, weil ich auf sowas gewartet habe. Jetzt in dem Krypto-Event, in der Rocket-Übernahme, kann ich die Frustration wegmachen und an dem Sea Day kann ich die dann durchentwickeln, dass sie Sternenhieb haben. Denn Sternenhieb ist einfach die beste Attacke. Gibt auch keine neue, ist ja Classic, gibt also die alte Attacke. Es wird also wieder eine Forschung geben, dieses Sea Day Ticket für einen Dollar, wo ich immer sage, holt euch das, ihr kriegt ein fertig entwickeltes Metagross hinten raus, ihr kriegt viele, äh, EP, Sternstaub, Bonbons, Items, noch so. Ja, Begegnungen nochmal mit Tarnel direkt dann in der Forschung drin, die Mindest-IV haben. Da ist oft auch was Gutes dabei. Ihr könnt es wieder an eure Freunde verschenken. Ich darf es mir ja nicht kaufen. Wer mir das schenken möchte, kann das gerne tun. Versuche ich natürlich die Forschung dann auch wieder im Stream, 14 bis 15 Uhr, da zu lösen und abzuholen. Event Boni. Geviertelte Schlüpfdistanz, wenn Eier während des Events in die Brutmaschinen gelegt werden. Interessiert mich jetzt nicht so. Ich bewege mich da in Zeitlupe, da wird nicht so viel aufgehen. Meistens habe ich ein 12-Kilometer-Ei drin, da vor dem Event, dass das auch während dieser 1 Stunde im Event gar nicht angeht. Dann 3 Stunden Lockmodule, 3 Stunden Rauch. Rauch, Schnappschüsse nicht vergessen. Man kann wieder 5 Schnappschüsse machen mit garantierten Begegnungen und dann war es das schon. Weil es ein Classic-CD ist, gibt es eben nur eine besondere Attacke und einen Bonus. Und dieser eine Bonus ist halt diesmal diese Schlüpfdistanz. Ist auch gut so, weil das Pokémon ist so wichtig, das wird eh gespielt. Ein unwichtiges Pokémon, wo man sagt, würde man gar nicht spielen, wenn das dann dreifach Staub hat, ist es auch wieder interessanter. Deswegen sollen sie es ruhig so aufteilen. Andere Sachen, wie jetzt hier halbierte Tauschkosten oder noch ein zusätzlicher Spezialtausch zu den 2, die wir gerade eh schon haben. Das habt ihr zu den normalen Sea Days, aber Classic ist Classic, so wie früher gibt es nichts anderes. Fade-Forschungsaufgaben wird es geben, wenn ihr Stops dreht. Kriegt ihr auch wieder Staub, Bälle oder halt Begegnungen mit Tarnel. Sollte man immer mitnehmen, denn die Wahrscheinlichkeit, da ein Hunderter rauszuziehen, ist nochmal enorm. Und natürlich Pokestop Showcases, bestimmt mit den Entwicklungen, dass ihr die da reinsetzt. Am Samstag wahrscheinlich schon und eben auch Sonntag, weil die ja jetzt Samstag auf Sonntag immer laufen, ist 20 Uhr dann. Und Montag auf Dienstag. Webstore-Hyperboxen, sage ich nichts dazu. Eventboxen, müsst ihr halt selber gucken. Da kann ich ja mir auch nichts holen. Sucht danach eine Gruppe. Ne, ich habe Hubsi, das reicht. Wir laufen da rum, machen unseren Spaziergang, machen unsere Challenge. Also habt ihr Bock auf den Community Day Classic im August mit Tarnel? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Oder hättet ihr gedacht, was anderes kommt? Oder hättet ihr euch was anderes gewünscht, was ihr noch besser findet als Tarnel? Ich bin zufrieden, obwohl ich mir das eigentlich dann eher im Winter gewünscht hätte vielleicht. Stahl-Pokemon im Winter, Schneewetter, Wetterboost, höhere WP, noch mehr Bonbons als jetzt mitten im Sommer. Diese Stahlklotz dahin kannst du gar nicht anfassen, wird ja heiß. Das war es von meiner Seite aus. Peace out Vorhaut, euer Ramses und ciao.